Ich interessiere mich für Prozesse der Formbildung. Ich frage danach, welche Bedeutungen Formen aufbauen und in welcher Weise uns Formen helfen, Wirklichkeit zu strukturieren. Ich glaube, Gattungen sind ganz wichtige Ordnungen, um uns in der Wirklichkeit zu orientieren, um uns einen bestimmten Weltzugang zu ermöglichen und einen Bedeutungsraum zu schaffen. Ich habe ja zunächst ein Buch über den Auftritt geschrieben. Das ist ein formales Element des Dramas, was mich interessiert hat und der Auftritt ist natürlich immer ein Schritt. Für mich war dieser Moment des Inerscheinung tretens, dieses Hervorschreiten, bevor ein Wort gesagt ist, die Art und Weise, wie ein Mensch eine Figur in Szene gesetzt wird. Das interessiert mich einfach sehr. Ich arbeite aktuell über experimentelle Formen der Textproduktion in der Moderne und zwar interessieren mich hier Montage- und Collageverfahren. Speziell ein besonderes Instrument, das ich dafür benötige, um eine Collage zu montieren und das ist die Schere. Also ich möchte gerne diese Form der Collage über das Instrument erschließen, was ich zu seiner Herstellung benötige.